Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in der War of N unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es um ein Mount, das wir über ein Achievement kriegen können. Und zwar ist es dieses schicke Fisch-Mount hier. Das schimpft sich einmal Kahn, Legende der Tiefen. Und ja, das hat auch eine Schwimmgeschwindigkeitserhöhung, also damit seid ihr auch schneller im Wasser. Was müssen wir dafür machen, um das zu kriegen? Deswegen, wir benötigen einmal ein Achievement und dieses finden wir unter Berufe und dann Angeln. Und hier haben wir einmal den Erfolg, das Angel-Derby. Und dafür müssen wir folgendes machen. Fangt alle Fische in ganz Kass-Agar und gebt die Quest innerhalb des Zeitlimits des Angelfestes von Merida ab. Und dafür gibt es dann Reittier-Belohnung, Kahn, Legende der Tiefen. Als allererstes soll gesagt sein, dieses Event, also diese Angelfest, ist immer nur an einem Tag der Woche und zwar an einem Samstag. Ihr könnt quasi den kompletten Samstag, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke mal von 0 Uhr bis halt 24 Uhr, den kompletten Samstag lang, könnt ihr eine Quest annehmen. Und diese Quest wird auf der Map quasi angezeigt an einem Samstag und zwar auf den Koordinaten 44, 61 in Heidesturz ist sie. Und das ist einfach eine Angel-Quest, wo ihr dann den Buff draufkriegt, der ist eine Stunde drauf. So wie ich das verstanden habe, hat Blizzard es auch gefixt. Man kann das nur mit einem Char annehmen, das ist eine quasi Kriegsmeuten-Quest. Und dementsprechend habt ihr halt dann genau diese Stunde Zeit, um diese Fische zu angeln. Und wie wir das am besten machen, werde ich euch jetzt mal erklären. Und keine Angst, ihr braucht nicht den allerkrassesten Angelskill, ihr braucht nicht die krasse Angelausrüstung und alles. Ich habe das relativ casual gemacht, mit nicht ausgemaxstem Angelskill und ohne Vorbereitung. Also ich habe da auch, wer hätte Sachen gelesen, was Leute gemeint haben, du brauchst dies und das und jenes. Ja, wir machen das ganz gechillt. Und zwar, diese Fische könnt ihr quasi alle einfach ganz normal rausangeln. Für manche braucht ihr ein paar Materialien, die ihr aber nebenbei beim Angeln sowieso rausangelt. Und ja, auf WoW Head gibt es da eine ganz schöne Übersicht. Die nehmen wir uns jetzt hier mal ein bisschen her. Und hier sehen wir immer, was für ein Fisch das ist und aus welchem Pool der rauskommt. Das ist wichtig und dann ist noch so ein bisschen relevant, welche Zone. Zum Beispiel den ersten Bismuth-Bitterling, den kriegen wir einfach in den ersten beiden Zonen, Insel von Dorn, schallende Tiefen, in den Glimmerbecken. Ich würde euch empfehlen, so das zu machen, wie ich das gemacht habe. Ich bin in jeder Zone einfach 10 Minuten ein bisschen im Wasser rumgelaufen oder halt rübergeflogen. Hab jeglichen Schwarm rausgeangelt. Also wichtig ist immer, dass ihr Schwärme angelt. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich meine. Also wenn ihr von Angeln nicht sonderlich viel Ahnung habt, ihr solltet halt die Fischsuche aktivieren. Dann seht ihr nämlich diese Fischsymbolchen auf der Map und da könnt ihr dann einfach reinangeln. Ihr solltet natürlich vorher bei einem Angellehrer Kassargar angeln lernen. Ich persönlich hatte jetzt einen Skill von 200, wo ich angefangen habe. Ich hatte schon ein bisschen geangelt auf 200. Es geht wahrscheinlich auch ein bisschen niedriger und ihr braucht auch nicht unbedingt Angelgear. Es ist aber nicht vor Nachteil, wenn ihr was habt. Also auf 200 kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass das so weit klappt. Also wir müssen halt diese Dinger hier. Und am besten macht ihr natürlich das Drachenfliegen rein. Ich habe jetzt nur das Normale aktiviert, um das mal ein bisschen besser zeigen zu können. Genau. Also ich bin quasi am Anfang 10 Minuten einfach hier ein bisschen um die Insel geflitzt. Alles rausgeangelt. Dann habe ich dasselbe hier gemacht. Hier und hier. Und dann die restlichen Fische habe ich quasi nachgeguckt, wo die sind. Und habe die dann noch spezieller geangelt. Aber ich würde sagen, die gucken wir jetzt einfach anhand der Liste durch. Ich werde die euch auch verlinken. Und ich würde euch empfehlen, das eh nicht zu machen. Also ihr braucht nicht jeden Fisch nachgucken, weil die kriegt die meisten, kriegt ihr eh aus allen möglichen Schwärmen raus. Nicht in Schwärmen zu angeln, macht nicht so viel Sinn. Da kriegt ihr nämlich nur meistens grauen Mist raus. Und das kannst du ihr knicken. Also den nächsten, was wir haben, ist der Blutbarsch. Den kriegen wir quasi aus dem blutigen Wasser und vielen anderen Schwärmen, seht ihr? Also den gibt es fast überall und fast auch in allen Zonen. Dann haben wir den nächsten Fisch. Den kriegen wir aus dem Glimmerbecken raus. Kristallinstör heißt der. Dann Trödlnhänsling. Den kriegen wir auch. Also diese weißen, die gibt es eigentlich die ganze Zeit. Den kriegen wir aus allen möglichen Becken raus. Die sind eigentlich nicht großartig was Besonderes. Der erste, der bei mir ein bisschen gedauert hat, war der Aratorhammerfisch. Und den gibt es nämlich nur in Heilsturz und auch nur aus diesem blutigen Wasser. Also der hat bei mir sich ein bisschen geziert. Dann Dornischer Hecht. Den gibt es auch wieder in drei Gebieten. Und ruhige Oberflächenwellen ist der quasi drin. Dann haben wir Goldkiemenforelle. Den gibt es in allen Zonen, auch aus verschiedenen Becken raus. Slumhai der Katai oder irgendwie so. Den gibt es auch wieder in blutigem Wasser. Und Slumhai Schwarm. Dann haben wir den Knabber Elritze. Die haben wir auch wieder in allen Zonen. Und zwar auch wieder ruhiges Oberflächenwellen. Dann Blasenhüllenfisch. Den gibt es nur in Ankerherd. Und den haben wir aus zwei verschiedenen Becken. Energieerfüllter, Sekretfleck unter anderem. Und schwerender Fäulnis Teich. Dann haben wir den stillen Flussbarisch. Den gibt es auch wieder in den beiden ersten Gebieten. Also Insel von Dorn und die schallenden Tiefen. Und den haben wir quasi im Flussbarsch, Teich und ruhigen Oberflächenwellen. Ihr seht die ruhigen Oberflächenwellen. Da sind sehr, sehr viele Fische drin. Also die wirklich relevanten sind eigentlich nur die blauen. Die ganzen anderen, die kriegt ihr aus allen möglichen Quellen. Das war tatsächlich der letzte, der mir gefehlt hat. Spiegel, Regenbogen, Forelle, äh, ne, Spiegel, Regenbogen, Fisch, so rum. Und den kriegen wir nur aus diesem Glimmerbecken raus. Das ist aber auch wieder in den ersten beiden Gebieten. Insel von Dorn und die schallenden Tiefen. Und dann kommen wir jetzt ein bisschen zu den spezielleren. Da kann ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ein flüsternder Sterngucker, den brauchen wir noch. Den haben wir aus den ersten Gebieten. Und der ist nur im Sternguckenschwarm drin. Der ist aber relativ häufig verfügbar. Und diesen Fisch wiederum brauchen wir aber, um die nächsten blauen zu kriegen. Und zwar Erwachter Quastenflosser. Und den kriegen wir nur in Aschkehet. Und zwar nur, wenn wir den anderen Fisch hier vorher einsetzen. Und es ist so, ihr geht dann quasi in den Wasser in Aschkehet hin. Und schmeißt den Fisch rein. Und für jedes Mal, wo man den reinschmeißt, kriegt ihr einen Buff. Und wenn ihr 10 Buffs habt, dann könnt ihr den hier rausangeln. Habt ihr 5 Minuten den Buff, dass ihr den besser kriegt. Ich hab den dann nicht in einem Schwarm geangelt, sondern im normalen Wasser. Also das ist der erste Special Fisch, wo ihr ein bisschen was machen müsst. Wo ihr diese anderen reinschmeißen müsst. Dann diesen Geisterfisch. Den gibt es aus allen Zonen, aus allen Poolen. Und bei dem ist nur wichtig, ihr müsst den quasi, wenn ihr den fangt, wieder reinschmeißen. Sonst habt ihr einen Debuff. Wenn ihr den nämlich reinschmeißt, kriegt ihr einen Buff. Dann habt ihr, glaube ich, ein bisschen mehr Angelfertigkeit. Also da müsst ihr drauf achten. Wenn ihr den kriegt, schmeißt ihr den wieder rein. Dann haben wir hier den Königin Köderfisch und majestätischer Zwergbarsch. Bei denen ist es wichtig, die sind jetzt beide aus der königlichen Welle. Und die sind sowohl in Heilsturz als auch in Aschkehet. Und hier ist es so, dass wenn ihr diesen majestätischen Zwergbarsch habt, dann müsst ihr den auch ins Wasser schmeißen. Und habt dann eine bessere Chance, die königlichen Köderfisch zu bekommen. Ich habe dann auch wieder das hochgesteckt. Dann müsst ihr trotzdem auch in dieser königlichen Welle angeln. Und dann kriegt ihr den. Also der ist auch ein bisschen specialiger. Dann haben wir Blutroter Dornhai. Dafür macht es Sinn, diese Blutbarsche, die wir ja oben schon hatten, ins Wasser zu schmeißen. Und beim Blutigen dann quasi Blut im Wasser zu angeln, um den besser rauszukriegen. Und den letzten, den wir haben, ist stachliger Seerabe. Und den könnt ihr einfach auch wieder in verschiedenen Dingern angeln. Also es sind eigentlich bloß drei specialige Fische, wo ihr was machen müsst. Die anderen fliegt da halt einfach nur rum, angelt die ganzen Pule. Und wenn ihr dann nur noch wenige braucht, schaut ihr, welche ihr speziell braucht und welcher Zone die sind. Und dann habt ihr das Mount eigentlich. Also ihr müsst nicht irgendwas Besonderes vorher mitbringen. Die ganzen Fische, die ihr braucht, um die Special-Dinger zu kriegen, die kriegt ihr beim Angeln nebenbei. Das will ich bloß sagen. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal für alle Fische, die ich falsch ausgesprochen habe. Aber die haben teilweise auch freche Namen, muss ich sagen. Gut, bei mir war es tatsächlich so, ich habe noch vier Minuten vom Buff am Ende übergehabt. Also es war doch relativ eng. Ich habe aber die erste halbe Stunde gar nichts nachgeguckt. Also ich habe einfach nur in irgendwelchen Poolen geangelt. Und erst dann, als mir noch ein paar gefehlt hatten, habe ich die halt hier auf WeWhead nachgeguckt. In welcher Zone, in welchem Pool welche Fische sind. Also wenn ihr das von Anfang an macht, dann solltet ihr wahrscheinlich da relativ gut hinkommen. Wie gesagt, Skill habe ich ein bisschen über 200 gehabt, wo ich angefangen habe. Das sollte dann auch für euch reichen, vermute ich mal. Mehr schadet natürlich immer nicht. Und wenn ihr Angelaussuchsturgen habt, ist es ganz nett. Ich kann euch jetzt auch nochmal zeigen, wie das mit diesen Fischen funktioniert. Ich habe da jetzt ein paar. Zum Beispiel hier können wir die reinschmeißen. Und dann gibt es einfach hier diesen Buff. Und zum Beispiel haben wir da diesen Blutköder. Bei dem ist es aber so, wenn ihr lauft, ist es wieder weg. Warum auch immer, ist ein bisschen blöd. Aber da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Dann bei diesem Blutbarisch. Ach ne, das ist jetzt der gleiche nochmal. Hier, Bismuth Bitterling. Den können wir auch reinschmeißen. Da kriegen wir einfach ein bisschen mehr Angelfertigkeit. Das ist ganz nett. Und Kristallina Stör. Da kriegen wir ein bisschen mehr Wahrnehmung. Also die könnt ihr immer weiter hochstecken. Ich habe das jetzt auch nicht wirklich gemacht. Muss ich ehrlich zugeben. Aber dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr noch niedrigeren Angelskill habt, ein bisschen was wegmachen. Und der verfluchte Geisterfisch, wenn ihr den reinschmeißt, dann kriegt ihr auch nochmal 15 Wahrnehmung mehr. Genau. Und ja, das war es eigentlich soweit mit den Tipps, die ich euch geben kann. Mir wurde jetzt hier aus dem Stream noch gesagt von Leuten, die letzte Woche quasi einen Teil von dem Erfolg gemacht haben. Und jetzt die Woche auch nochmal geguckt haben. Anscheinend muss man es nicht in einem Go machen. Also wenn ihr jetzt quasi in einem Angelwettbewerb in einer Stunde das nicht schafft, alle zu angeln, könnt ihr in der nächsten Woche hin und quasi dort die restlichen Fische raus angeln. Also selbst wenn ihr es quasi nicht ganz schafft, warum auch immer, dann habt ihr da quasi die Möglichkeit weiterzumachen. Also das ist auch nicht so schlimm. Müsst ihr halt bloß eine Woche warten, bis dann wieder zum Samstag und die neue Quest quasi annehmen. Gut, dann sind wir jetzt durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen kann euch weiterhelfen. Ich werde euch, wie gesagt, den Post von WeWhead unten rein verlinken. Da könnt ihr dann einfach nachgucken. Die Fische, die euch vielleicht am Ende noch zwei, drei, die euch fehlen, wo die genau sind. Das ist dann denke ich mir immer am sinnigsten. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.